Heyho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Info-Video. Es ist seit langer Zeit, gibt es mal wieder ein Event, was ich in Anführungszeichen nennenswert empfinde, die immer dieses, ach es gibt ein bisschen mehr Loot Drops und es gibt ein bisschen mehr Hast Du Nicht Gesehen, sind zwar alle ganz nice, sind für mich allerdings ehrlich gesagt nicht groß genug, um sie zu erwähnen. Ich bin auch ehrlich mit euch, ich muss sagen, die Borderlands 3 Events, die sind, finde ich bis jetzt auch alle nicht so knorke. Es kommt jetzt zum Glück mit dem neuen, mit dem Director's Pass, es ist ja nicht Season Pass 2, es ist ein Director's Pass, damit sie einen Grund haben, dass man es nochmal kaufen kann, was ich persönlich relativ frech finde, sei aber mal hingeschwellt. Dazu gibt es auch noch weitere Infos, die schon lange draußen sind, also ich bin definitiv, nicht der erste Mal, ich werde die Videos nämlich erst dann machen, wenn sie aktuell sind, heißt am Tag vorher, beziehungsweise am Tag selber werden sie rauskommen. So wie dieses Video, wir haben den 11. Februar und das Broken Hearts Event ist wieder am Start. Das Broken Hearts Event, wer sich noch dran erinnern kann, kam letztes Jahr eigentlich eher für, als Einkündigung für das zweite DLC, für das DLC Love, Guns and Tentacles und hat was mit Herzens zu tun, mit Herzensbrecher, warte, Herzensbrecher zu tun. Die Herausforderungen sind genau die gleichen wie letztes Jahr, es gibt auch genau die gleichen Belohnungen. Das heißt, ich mache es hier jetzt ganz kurz, einfach nur der Reminder, dass es stattfindet. Falls ihr genau wissen wollt, was es gibt, einfach mal entweder selber checken, ne? Überraschung, bla 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 bla. Ihr werdet die Sachen allerdings, zumindest die Skins schon haben, wenn ihr es letztes Jahr schon gespielt habt. Allerdings, da das Level Cap zwischenzeitlich erhöht wurde, wäre es natürlich geil, die neuen Waffen auf aktuellen Level zu fahren und das könnt ihr jetzt nochmal machen. Ihr seht es hier schon, 0 von 5 abgeschlossen, weil ich gerade erst das Spiel gestartet habe. Es ist nicht schwer, ihr müsst Herzen kaputt schießen. Die Herzen spawnen bei den Gegnern, ich werde euch gleich noch zeigen, wo ich farme. Kleiner Disclaimer, ich weiß, dass das nicht der beste Ort ist, um die Herzen zu farmen. Ich farme hier aber am liebsten. Auf jeden Fall, ja, das Schmuckstück, das Echo-Schmuckstück, was ich jetzt nicht drehen kann, was ein totaler Tilt ist. Na super. Dann einmal eine legendäre SMG. Einen roten Skin, der ein bisschen anders farblich ist, als der vom letzten. Der letzte Jahr war ein bisschen mehr rosa, schwarz angehaut. Der hier ist jetzt wirklich richtig krass rötlich. Und eine legendäre Jacob-Sniper. Wenn ihr sie jetzt farmt, on level, deswegen alle, die wirklich krass die Dinger haben wollen, lohnt es sich jetzt nochmal reinzugehen. Ist nicht schwer, ihr müsst 100 Herzen insgesamt töten oder brechen, brechen. Es tut mir leid. Wir können uns kurz angucken, ich müsste eigentlich den Charme hier irgendwo rumliegen haben. Oder habe ich den mit dem anderen Moos-Character geholt? Ich glaube, das war mit dem Moos-Character. Eigentlich mache ich ja alles mit dem hier. Da. Kosmische Romanze. So sieht der Skin, der alte Skin aus. Ihr seht es. Ein Herz mit Tentakeln in lila. Damit meine ich nicht die Rarity, sondern das Ding wirklich an der Seite. Warte, jetzt will ich hier, ich will meine Waffen clean haben. Kriege ich das jetzt einfach wieder weg? Nein, du sollst hier. Keine Ahnung, wie ich es wegmache. Ist mir scheißegal. Geh weg. Geh weg. So. Dieses Mal gibt es das Ganze in, naja, rot ist relativ, es ist rosa. Es ist nicht lila, es ist rosa. Ist okay. Allerdings, wie gesagt, die Herzen spawnen bei den Gegnern, spawnen ganz normal, spawnen auf jedem Level, spawnen auf jeder Chaos-Stufe. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Ihr seht hier die Herzen, die haben alle unterschiedliche Effekte. Die Herzen einfach wirklich, wie gesagt, abschießen. Die können auch Loot droppen. Hm, nice. Äh, auwala, dich wollte ich nicht töten. Ey, geh mir um den Sack, ich wollte eigentlich das Herz töten. Egal, auf jeden Fall, es ist nicht schwer. Ich fahre hier am liebsten, das ist ein gefräßiger Baldachin. Äh, einfach, weil hier schnell viele Gegner spawnen. Wie gesagt, ähm, es gibt effektivere Momenten, indem man zum Beispiel auf, ähm, den, nicht mal über den Takedown, den Schlachtstern 300 geht oder so. Oder 3000 ist es. Weiß ich jetzt gar nicht. 300 oder 3000. Äh, und da die ganz vielen Wellen an Gegnern macht. Allerdings hat man da natürlich das Problem, dass man dann immer in diesen Wellen bist. Hier hast du Gegner, die absolut kein Problem sind, die du einfach easy wegsnacken kannst. Ähm, natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Äh, manchmal habt ihr Glück, was die Spawnrate der Herzen angeht. Manchmal habt ihr Pech. Also manchmal kann es wirklich sein, dass ihr nur 2 kriegt. Manchmal kann es sein, dass ihr 10 kriegt auf einmal. Ähm, ist immer ganz unterschiedlich. Ich empfehle euch definitiv, oder beziehungsweise, ich empfehle euch, ich farm am liebsten hier. Guck mal, da ist übrigens ein Herz gewesen. Ähm, ob ihr es dann am Ende des Tages macht, ist euch überlassen. Deswegen, das ist einfach so. So, von den Herzen müsst ihr dann, wie gesagt, einfach 100 machen. Und könnt euch dann hier im letzten Reitermenü diese Sachen alle einzeln abholen. Geht relativ schnell, ist nichts Großes, ist so ein Valentinstag-Ding. Ha! Geht auf jeden Fall von heute, den 11. Februar, bis zum 25. Februar. Das heißt, ihr habt 2 Wochen Zeit, ziemlich genau, um das Ding zu farmen. Und wenn ihr es nicht schafft, in der Zeit 100 Herzen zu farmen, dann habt ihr nicht gespielt. Das schafft man wirklich, selbst wenn man an hier so einem Ort farmt wie ich, wo wirklich, es gibt bessere, keine Frage. Aber ich farm hier, wie gesagt, weil ich es einfach am angenehmsten finde. Lädt es rein, lädt es wieder raus, fertig. Selbst dann brauchst du, sagen wir, wenn du Pech hast, brauchst du so 45 Minuten. Wenn du Glück hast, brauchst du eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, in 14 Tagen 100 Herzen zu sammeln, dann hattet ihr keinen Bock drauf. Zumindest mit einem Charakter. Wenn man das mit mehreren Charakteren macht, kann ich das verstehen, dass es länger dauert. Aber wie gesagt, wenn ihr das wirklich nicht macht, oder wenn ihr es nicht schafft, dann habt ihr einfach nicht gespielt in der Zeit. Was auch vollkommen okay ist. Ich muss sagen, ich finde die Sache jetzt nicht so wichtig. Ich werde zum Beispiel nicht aktiv dafür grinden. Wenn ich Zeit habe, oder wenn ich Bock habe, nach dem Motto, dann schmeiße ich es mal kurz an. Kloppe schnell die 100 Herzen durch. Fertig. Das war es. Wenn ich bis zum 25. Februar nochmal dazu kommen sollte, Borderlands 3 nochmal zu streamen, dann werde ich es natürlich auch mit Flag definitiv probieren, weil dann eine Jacob Sniper hier legen, der Wedding Invitation. Zucker. Werde ich auf jeden Fall probieren, mir zu holen. Wenn ich bis dahin nochmal Zeit habe zu streamen. Ansonsten würde ich sagen, das war es schon für das Video. Farmt euch fröhlich die Herzen. Und falls ihr genaue Infos haben wollt, Hintergrundinfos, wie das alles entstanden ist, so verlinke ich euch das Video vom letzten Jahr dazu von mir. Das könnt ihr euch gerne anziehen, nein, reinziehen, nicht anziehen. Müsst ihr aber nichts, weil wie gesagt, ihr verpasst nichts Wichtiges, wenn ihr es nicht gekürtet habt. Einfach 100 Herzen tönen, das ist die ganze Challenge. Ihr bekommt einen Echo Skin, einen Waffen-Echo Charm, einen Kammerjäger Skin und zwei Waffen. Eine legendäre SMG, eine legendäre Sniper. Das war es an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.